Das ist Czana. Er hat seine Ausbildung vor sechs Monaten erfolgreich bei uns abgeschlossen. Was macht ein Werkzeugmechaniker? Mit Werkzeugen arbeiten. Geht's auch etwas genauer? Werd auf! Während deiner Ausbildung lernst du Werkzeuge für die Serienfertigung unserer Spannklemm herzustellen und technische Zeichnungen zu lesen, um auf dieser Grundlage Werkstücke anzufertigen und zu montieren. Sind Werkstücke beschädigt, ersetzt du sie. So entsteht ein produktionssicheres Spannklemmwerkzeug. Und wer oder was ist Foslo eigentlich? Schau doch nächstes Mal, wenn du am Bahnhof stehst, aufs Gleis. Hier wirst du sicherlich auf unsere Produkte stoßen. Wir sind nämlich weltweit führende Anbieter für Schienenbefestigungssysteme. Was ist dein wichtigstes Tool im Alltag? Die Fräse. Und was machst du damit? Zeig mal! Übrigens fertigen wir die meisten Werkzeuge selbst. Wie zum Beispiel dieses Abschneidewerkzeug hier. Foslo leistet einen wesentlichen Beitrag zur Mobilität von Menschen und zum Transport von Wirtschaftsgütern. Sicher, nachhaltig und umweltgerecht. Ziemlich cool, was? Also, bitte einschalten! Auch Bock auf eine Ausbildung bei Foslo? Bewirb dich jetzt!